Rotes Fähnchen. Jetzt kommt er raus. Komm her, Kamera. Ja, ich. Gut. Es geht wieder im Wasser. Es ist der Vordere von den beiden, der drin ist, der nach hinten steht. Jetzt kommt er wieder aus dem Wasser raus. Hast du ihn? Ich glaube, ja. Ja, das ist riesig, das Rote an dem rechten Bein. Ja, der kann ganz schön gut rennen. Obwohl er sich nicht berühmt ist. Oder befahnt oder was. Okay, das dürfte, glaube ich, reichen jetzt als Aufnahme. Okay. Okay. Vielen Dank.